hallo herzlich willkommen hier zu einer runde von spielegolf mit einem freunden und ich habe zwei freunde neben mir zwei beifelige freunde habe ich nicht aber ich habe gedacht mein einer freund ist grün und heißt julian ja der ist auch immer noch grün und heißt julian hallo ja dem ist gerade total schlecht warum ist er so grün ja mein anderer freund hält sich mit mehr aus deswegen ist er blau hallo james genau hallo josh und mein anderer freund ist gelb und heißt josh ja ich bin der ok du bist der chinesen nee der güldene josh der hat so eine güldene josh und der güldene josh hat sich heute pirate kopf da eingestellt ich gebe übrigens zu bedenken ich bin voll der nu ich kann das einsteiger das mehr ist es nicht ja ich bin zwar jetzt eine der schwersten maps aber wir machen einsteigen haus einsteigermode ich habe auch nur collision angestellt also passt schon alles ne wenn dann gleich richtig so wir können auf start drücken ja jetzt sollte das mit der musik auch passen ich mal jetzt ist die zeit mit ein bisschen leiser dieses mal wirklich es ist ein wettbewerb band er das spiel im kano vertreibende er wüte das bettete ilde mit fuy nein 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 FBI voreher dass geklappt wurden also nicht dass ich geschlossen haben das geht nicht nein Oh, James ist normal. Ah, drin. Au, ich seh mein Bällchen auch nicht, du. So, Ecken sind böse, ne? Ja. Geh, geh mal da weg, du Muffin. Cupcake-Mensch. War ein bisschen schnell, aber hat geklappt. Mit der linken und rechten Maustaste. Ich hab wieder sechs Strokes gebraucht. Ja, du bekommst beim Runterfallen zwei ist mir auch aufgefallen. Ich bin ja... Damit gleich mal feststeht, wer hier der Noob ist, gell, James? Bin gar nicht runtergefallen. Was? Ja, also nur so Punktzahl... Oh, oh. Oh, runter... Oh. Hui. Hui. So weit. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu wenig mache. Zu wenig weit. Aua! Du hast Collision an, oder? Josch, ich sag dir, wer der Noob ist. Ich. Nee, du hast bisher... Also, erste Runde hat er geklappt. Ah, ich hab nur drei Strokes. Oh nein. Mit der linken Maustaste kann man nur jetzt die Spectator-Views durchschalten. Few. 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 Die Spectator-Views. Oh Mann, ich mach nur so wenig. Ich mach immer zu viel. So, hau mal drauf hier, Josch. Wuii. Nein, nicht so weit, nicht so weit. Da bin ich auch hingerollt. Ja, da bin ich auch runtergerollt. Da war ich noch nie. Ich bin neu hier. Ach, nee. Ich bin ja neu hier. Das war jetzt nur noch so im ersten Bereich. Hi, Josch. Hi, Josch. Bin ich über das Kackloch geflogen. Flopper, das habt ihr gleichzeitig eingelogt. Das habt ihr aber super gemacht, du. Sieben. So, wo ist denn hier das Loch? Ich bin die wilde 30. Ich hab geradeaus durch, oder? Ach, übrigens. Mir fällt gerade auf. Ich hab gerade noch ein bisschen auf meine Tastatur umgedrückt. Wenn ihr C drückt, dann könnt ihr über die Karte fliegen. Oh, oh, oh. Mit C könnt ihr über die Karte fliegen. Ich dachte nur, falls es ist voll. Ja, im richtigen Moment losfahren. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm, im richtigen Moment losfahren. Also, losschlagen. Ja, ja. Ich hab schon in die Hand nehmen und dann geht abgedrückt. Oh, ooooh, 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 ooooh. Da, 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 da. Hey, mit der linken Maustank? Mit der linken? Nein! Ich drücke es auf der rechten Maustank, also mit der linken Maustank, also kann es so umschalten, Josch. Ja. Ja, Josch. Nein! Guck mal, ganz knapp vor dem Drehding. Nein, das war zu heftig. Kein Maffel ist süß. Ist gut, ne? Ich finde es generell witzig, dass man da solche Dinge da hat. Ich fand den jetzt auch cooler als den Feuerwehrhut, den ich vorher hatte. Ich finde meine Taucherbrille super, da kann ich auch immer diese Wasserkarten. Bleib in der Mitte. So, aber bald. Jetzt aber nicht so heftig, sonst wirst du nämlich von dem Rätschen weggehauen. Das mein ich. Das Rätschen, da brauche ich gerade das Geld. Übrigens, wenn du irgendwo auf dem Wasser liest, ich ist jetzt noch nie wichtig, aber brauchst du später. Wenn du irgendwo auf dem Wasser liest, kannst du mit der linken Monster zu springen. Toll, ich lag vorhin ein paar Mal im Wasser. Ja, also nur in dem Wasser, wo es auch zur Map gehört, dass du da weiterspringen musst. Toll. Hat gut geklappt, was ich vorhatte. Bleib schick, bleib schick, bleib schick, bleib schick, bleib schick. Unglück gehabt. Ja, kann sein, dass das gerade verzögert wurde, bis in dieses Viech. Oder hat das nur so kondensiert. Okay, ja, bei mir ist jetzt... Oh, geil, ey. Ach Gott. Ja, bei 12 ist Ende gewesen. Oh, Leute, wir haben hier zwei Ziele. Das ist neu. Nee, du kannst... Du, es gibt hier zwei Ziele. Nicht ganz volle Power. Nee, nee, das gab's bei Golfit. Gibt's das beispielsweise auch, das hast du auch zwei Ziele. Oh, oh, nein. Oh, ich bin ein Vogel. Ich bin ein Vogel. Das war zu wenig. Ich bin ein blauer Cupcake. Genau. Scheiße, Marvin. Übrigens, die Spectate-Zeit ist begrenzt, ne? Wenn du das einmal gemacht hast und dann automatisch zurückgesetzt wirst, darfst du das nicht mehr. Double Boogie. Spectaten? Ja, also dieses mit C über die Karte fliegen, das darfst du nur in der ganze Zeit. Ich würde das auch eigentlich nicht machen. Ja, das ist jetzt halt knapp gewesen. Ich hätte sonst nur zwei gehabt. Mann. Ja. Dann wärst du ein Vogel gewesen. Ich wäre ein Vogel, ich hätte geflogen. Ich hätte... Hau einfach mal rauf, ne? Ja. Hau mal rauf. Mach ich auch mal. Hi. Hui. Guck mal. Hi. Äh. Nein. Tschüssi. Boah. Nein. Ja. an mag ich auch stets hin zu ihm so was anderes als Bordaar bei Julien Rössl Rössler selber gucken auf die Punkte Tabelle da bin ich zweiter das wird gemacht und ich bin stolz auf dich herrn guck mal so was was ist ein Standort so guck mal da hat mir was gefehlt I see fire bim 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 inside the mountain Mr. Taucherbrille ist an der Ort ich hab ein paar die Orange mit der Taucherbrille weil ich bin auch Single was hat das damit zu tun? ja weil ich ein paar hatte ach so ich hab gedacht du spielst da mit deinen beiden Bällchen rum oder ist das Ziel? keine ahnung auf los oder mit C gucken mit C kannst du gucken C wie gucken oh oh ich hätte fast einen Hol'n ohne gehabt Hol'n ohne Hol'n ohne es geht eigentlich weil da ist auch noch so eine Abflachung drin also es klappt dann eigentlich der wird dabei da drückt da macht der Juna jetzt ach so Peter Juna weiß ja nicht so ganz was das Ding ne für die Fans weißt du so ein paar Trickshots schon wieder ein paar langsam ermüht sich das Eicheln was denn was was denn was egal ihr wisst was ich meine einfach mal uh das ist auch interessant die hat aber gut flogen die gerade das hat man aber auch nicht wo muss ich denn jetzt lang her äh da runter das war zu wenig entweder entweder rechts oh rechts ist übrigens ne Sackgasse links rum müsste dir jetzt da follow me hey follow me hey follow me ja 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 genau James hat's gut gemacht ich nicht ich muss ich habe ich habe ich habe ich habe das war ich das war es gilt das war es das war es das war es das war es jetzt habe ich nur noch 5 Punkte dich auf den Jörg aufräumen so jetzt muss ich einfach mal hier einfach mal außen lang ne ja einfach mal außen lang ist gut boah war das knapp ich muss es ja so eine auf Youtube machen die immer so 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 unfassbare du hast mich geschubst er hat mich geschubst danke james ich wollte natürlich james sagen aber ich war so happy dass ich jetzt ein birdie hab because i'm happy happy clapp along and that you feel like happiness is the truth because i'm happy wo geht's hin wo geht's hin da geht's hin einfach mal runter nein der geht's runter ich hab den rechten Weg gewählt äh nicht dass du mal vom rechten Pfad abkommst mein Junge ey klar wie jung das machen wir nicht oh der mittlere Weg wäre der geilste gewesen ja war aber kann auch schöner stehen bleiben auf dem Weg ja sieh ja 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 Aussprache es gibt einen an der Brücke ja man geht's durch die Entwickler sind das ist das ist die Schweine deswegen geht's dadurch er habe mein Wort sollen müssen wir einmal ja natürlich durch die Mitte weil wenn es das was reimt sich auf Mütel Titte nichts jetzt bin ich runtergerollt ist nicht schlimm dahinter der ist direkt das ziel aber da ist ein doch also passiert das doch ja das war ja gar kein problem kriegst du ganz locker hier passt alles super wenn die so dann doch wieder doch so ist gut ich hab mir ja nie auf also wenn ich so toll und ich hab dir gesagt dass ein loch ist einfach mal einfach mal hier vielleicht nicht durch die kanonen muss man sich schießen das vermute war das nicht golf dings das anrufen kann das auch ja aber das golf mit der friends macht es auch macht einfach nach es macht jedes golfspiel das funktioniert hat man muss natürlich platzieren und dann da richtig oder man macht einfach nein zu schnell ich möchte das mit der kanone machen muss da richtig platzieren so erst mal sechs schüsse dafür diesen reicht aber irgendwie nicht ganz wenn ich ehrlich bin lol du scheiße sondern das reichen denn das funktionieren ich habe keine ahnung ist funktioniert auto strokes jetzt aber doch 12 gestellt aber ich bin ja noch mittelweg gegangen ja ich ja auch wasser also zwischen denen ja gut ich bin jetzt fertig nein 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 da war da war das trox hast du keine schlaganfälle mehr das ist jetzt aber also politisch inkorrekt du es trox ist schlaganfall einfach mal das loch ist hinter der wand in der mitte also wenn du die richtige stärke gegen die wand hier spielst dann fällst du hinten runter und rollst geradeaus durch ich habe den langen weg gewählt hat stehen es ist schwer nicht schwer nicht toll die sind sie nicht mit kein leichter sein in dem man nicht unbedingt lassen aber das Lied war ja nicht so das war Glück Glück das war Lüge so eingefügt ist voll reingefügt all der James hat jetzt genug davon du kannst jetzt geradeaus durch an der Wand vorbeispielen der bestimmten kriegt man hin ich ja diese und die 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 innen der Chemie die sie ist die Karte links der Beziehungsgutung da wo sowas aus dem Wasser wird gar nicht sehen wird 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 das ist eine Karte noch nicht anscheinend so ich geh mal Tomof Unmutes voraus. Alter, ich gehe den anderen Weg macht das. Ach, das ist sogar diese Karte, wo ich gemeint habe die, wo ich die, wo er gemeint hat Ja, ich rolle Nein, nicht, nicht rollen. Aus, aus, Hundi Ach, ich bin wieder ganz oben Weißer bist du wieder ganz oben Klar, natürlich Ich bin zum Glück voll voll Ich bin nicht zum Stehen gekommen Du, Asi! Ach, Fickding Ja, ja, heu auch, heu auch Du bist so ein, das ist so ein Asi-Ding Igel Es ist so hart, Asi, es ist so hart, Asi Ich finde das voll Asi, ja So bin ich auch gerollt Ich bin das mal so rumgerollt, weil das andere ist Asi Und dann bist du genau, hier genau Jetzt einfach, Josh, rechts von diesem Holzstück Das kann ich jetzt verstehen Nur rechts Was soll ich jetzt spielen, jetzt? Wie viel cryptisches Reści kann man haben? Flop, flop, flop Flug, flop, flop schlops, flop, 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 flop Roblo mitten durch ist ein guter Weg Wasserrutsche hier steht man irgendwie ne Weile ach, das ist direkt ein Ziel, guck mal welches Loch wählen sie? Ist das ne Schildkröte? Was ist das da hinten? Ah ne, ist das so ein Nashornviech vielleicht wird das was... Ja, mit See kann man Flieger so gesagt Ja, mit See kannst du rum Ich nutze es nicht um die im Streckeanzug so dieses Schildkrötenviech da zu filmen mit der Weihnachtsmütze neiiiin alles für die Zuschauer alles für die Zuschauer, ne la 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 boogie nein 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 oh, wie assi in die Arschritte gefallen ganz da links über das Brett man kann da runterfallen da ist ein Brett? ja, da ist ein Brett da kannst du drüber ui ich auch mein Holz ich auch mein Holz holzi, holzi, holz oh josh, ich hol auf ja oh, guck mal ich nehme mal den schmalen Steg hier ne, mal gucken man kann auch ganz nach oben witzig und dann fällt mir wieder ganz nach unten Spaß Spaß Spaß, Freude, Unterhaltung der ganzen Familie auch komm, wie doof assi ist das denn bitte also wenn du hier ganz oben bist dann bringt dich das nicht mal weiter ne, absolut nicht ich fand das oh, guck mal fällt es einfach wieder rückwärts runter das ist bestimmt cool da oben ja, da habe ich auch gedacht das ist ja nicht cool da oben jetzt habe ich paar boogie ding, ding, ding oh Gott, jetzt muss ich in die Löcher also ich nehme die Nase weil die ist einfacher zu treffen oh deswegen nehme ich mal ein Auge oh, Alter, Auge habe ich gar nicht getroffen ich glaube, irgendjemand hat mich mitgeschliffen jetzt habe ich mich selber geschliffen jetzt bin ich gegen das Auge aber ganz ehrlich, selbst wenn du die Dinger nicht rissen ne? Geh mal weg Geh mal weg Geh mal weg da Ey! Aha! Oh! Oh! Ah! Aha! Nein! Wie kam der denn springen? Mit linker Maustaste Nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runterbleib! Oh, nö! Das war falsch Ich habe mal das Loch getroffen Ich habe mal das Loch getroffen Schick hier Geil, fünf fünf Schläge bogey 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 Wie asozial! Wie asozial! Was sind das Loch? Ganz hinten durch Hinten abbiegen dann die dritte Linie Genau James, du kannst dann auch hüpfen mit der linken Maustaste Flup Ne, kann ich nicht Doch im Wasser kannst du immer hüpfen Oh! 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 Oh, guck mal, da kommt noch und kraken Aber ich... Also ich habe die Schildkröte cooler So, letzte Bahn kommt jetzt Leflut 69 H5 Acht... 89, Josch Oh Gott Ja, einfach mal durch die Mitte durch Ich habe auch Julian's Zahl vorgelesen Äh... Schlägt der einen tatsächlich weg oder ist das nur Deko? Ich wette... Also es ist Golf with your friends Ich wette, der schlägt dich tatsächlich weg Ab in das Maul Achso, damit man auch böse zu seinen Freunden ist oder was? Ja, ja, der hat mich weggeschlagen Was ein Pissfletschen Hui! Ja, fletschen kann er, glaube ich, ganz gut, ne? Warum ist er in seinen Mund rein? Ich will aber eigentlich gar nicht in seinen Mund, wenn ich ehrlich bin Ne, ich auch nicht Er hat nicht jetzt geplant, mich hier essen zu lassen Doch, lecker Hmm, lecker ja, Tack Ich bin Cupcake Alka! Es tut mir leid, du hast ja keinen Stroke for Stroke, glaube ich Ne, 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 wenn du geschlagen wirst, hast du keinen Stroke for Stroke Was? Und ich sitze hier jetzt in der Scheißposition Ich muss erst mal ein Stückchen hier Nicht so weit Nein, 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 nein hier oder so das war schlecht so wird das Volk ist das Volk ist das Volk ist das Volk der Worte alles für uns vorher schon zweifelten die Hälfte sind das richtig ist habe ich ich wollte ich mal ein schönes München ach so ja so viel zu machen als dieses Kindland oder so irgendwas was hat man nicht haben aber noch ein paar mit der Auswahl dann gucken wir mal und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, macht's gut bis zum nächsten Mal, tschüssi